Jawohl, Sir. Ja, ja, weitermachen. Das ist gut. Welchen Rang hast du schon? Weiß ich nicht. Geh jetzt so aus dem Kopf. Ja, dann... Gibt's keine Ruhe, Sir. Also Energiekerne wir schaffen. Einmal also zu Fuß rüber und einmal Flugabwehr. Mhm. Hm. Dann gehen wir mal da hinten. Ja, also ich lass es so wie es bei mir ist. Ich glaub das ist ganz gut. Ja. Ich fahre mit dir jetzt eigentlich auch hinzufügen. Ja, finde ich auch. Dann machen wir erstmal den Fußmarsch. Okay. Ich geh jetzt ohne Mech los. Boah. Ist uns zu langweilig. Bis er sich umgedreht hat, sind die Dinger schon tot. Ja. Ja, also Mechs sind am Anfang irgendwie ganz cool, aber dann letztendlich... ...muss mal gucken wofür. Wenn das nur erobere Sachen ist, sind sie ganz gut. Ansonsten sind sie so langsam und so. Boah. Auretelmanch ist unterwegs. Was hast du bestellt? Personal Deflective Shields. Oh, das will ich auch haben. So. Ja. Dann nehmen wir uns. Wir sind es noch nicht wert, die zu tragen. Genau. Wer nimmt das Ding? Soll ich das nehmen? Gleich? Weil ich Schilder habe. Oh, 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 oh. Ups. Du hattest Schilder, oder? Nee, die haben es nicht. Du würdest dann nämlich das Ding und ihr... Gebt mir vor, schon zu müssen, wer dort hinten, oder? Ach so, so. Hinten zu uns? Nein. Und schon geschafft. Das ging ja schnell. So. Soll ich das APC-Ding rufen? Ja. Na, da brauchen wir. Ups. Bereithalten. Ausrüstung ist unterwegs. Und ups. Ja. So ist er, kannst du auch ansteigen. Ja. Ich gebe das eben ein. Okay. Na dann. Und wieder aussteigen. Tenten. Ich arbeite dran. Ich krieg den nicht. Ja, ist der einzige Nachteil, wenn du da dran bist, dann... Mhm. Okay, geschafft. Matthias? Drohle. Ah. Ja, Moment. Das hatte ich da eben, kurz irgendwo auch ein bisschen wegnehmen. Glaublich. Okay. Ach, du war schon ausgestiegen. Ups. Alles gut. So, wo haben wir denn welche? Geradeaus. So. Da bist du doch der falschen Seite. Ja. Ein bisschen. Was ist das da, was sich da dreht, links? Oh, keine Ahnung. Ja. Oh, keine Ahnung. Das liebe ich sowieso, alles geplant noch. Ah, da ist noch einer. Oh ja, ich krieg den Fass, ich hab den Fass. Da ist noch eine Probe auf die Schatz egal. Wieso bist du ausgestiegen? Weil ich dachte, lass uns ausgestiegen. Nö. Wer ist denn da, auch mal ausgestiegen? Dann hier, mach mal, vordermal das Ding an da. Vorsicht. Evakuierung bestätigt, Schatten im Anflug. Ankunftszeit minus 1 Minute 30 Sekunden. Lass noch mal hin. Verteidigungsausrüstung trifft ein. Unter Beschuss. Vorsicht. Ich glaub, du kannst mich eigentlich treffen. Ach, ich liebe das. Nichts geht über eine schöne Artillerie-Unterstützung, Luft-Unterstützung, keiner. Aufwand mich. Aufwand mich. T-minus 30 Sekunden. Es ist ein Weih-Unterstützung. Wann ist der E-Unterstützung? 2 Sekunden. T-minus 10 Sekunden. T-minus 5 Sekunden. schön dass du es nochmal verdeutlicht okay und raus unterbeschuss da ist abschützgeschenk aber schön dass du den paar gleich mit vernichtet hast ja klar keine militär technologie ja schön wird es jetzt noch mal schwerer oh beförderung ich bin jetzt endlich fehnrich so jetzt kann ich ja auch endlich matthias befehle erteilen kannst du ja mal versuchen wie lange aber jetzt kann ich mir was wollen ja ich lege überhaupt schon mal zum nächsten ziel na dann mach mal